Ich muss mal was essen. Was ist das Essen? Was machst du hier? Auf jeden Fall passen. Wenn du ihn reingelassen hast, bist du doch vor ihm hier gewesen. Sure. Aber wenn Jake nicht gekommen wäre, wäre ich schon der, aber du hast nichts für ihn gemacht. Lass du es dir also hier, wenn du willst, wenn ich fort bin. Nein, gar nicht. Was passierst du ab oben? Moment, 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 Jake. Warum bist du nicht bei der Mutter? Ich bin weggelaufen. Ich bin nicht mehr ruhig. Ich bin weggelaufen.